Die Welt ist immer in Unordnung. Es gibt keine Welt, die in Ordnung wäre, außer vielleicht die Nordkorea, aber das weiß ich nicht. Ich kenne Leute, die in Nordkorea waren. Aber das Problem ist nicht die Unordnung, sondern das Problem ist, so wie in der Waffentheorie oder in der Waffenpraxis, die Leute haben mit der Keule aufeinander eingekaut, also eingekaut haben sie auf jeden Fall. Aber wenn man auf einer Atombombe sitzt, ist diese Mentalität mit dem Dings Einhauen viel gefährlicher. Also die Art der Balance zwischen Ordnung und Unordnung ist auch durch die sogenannte Globalisierung, wenn man darunter eine Vernetzung von Nicht-Zusammengehörigen, Nicht-Systemengehör nennt oder versteht, dann ist natürlich die Balance zwischen Ordnung und Unordnung viel heikler, aber im Prinzip eine Welt in Ordnung könnte unsere Welt nicht sein.